Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Waddam Reaper und das sind meine Eindrücke vom Spiel Tera. Ja, ne? Das Spiel sieht ganz lieb und glücklich aus. Ist es aber nicht. Man kann sich nämlich nicht einloggen. Wenn man sich nämlich versucht einzuloggen, weiß ich etwas total tolles. Es ist kein Bug. Es ist ein Feature. Das Feature ist, dass man sich nicht einloggen kann. Wenn man sich einloggt, geht das Spiel einfach aus. Ich starte es jetzt schon ungefähr zum 400. Mal. Es ist gerade 16.10 Uhr. Das heißt schon 1 Stunde und 10 Minuten nach dem Release des Sneak Peaks, wozu wir auch die Beta-Keys ausgauen haben. Und wie ihr sehen könnt, wenn man sich einmeldet am Server, passiert nichts. So absolut gar nichts. Oder es stürzt ab. Es geht auch. Ich mache dieses Video eigentlich nicht um das Spiel zu listen, denn ich freue mich sehr um das Spiel. Aber im Augenblick kann ich kein anderem Content liefern. Und ich wollte das so als eine Art Entschuldigung oder als Erklärung sagen, bis so gestern und heute und wahrscheinlich am Morgen kein Content kommt. Also wir sind damit beschäftigt, auch wenn wir versuchen, es einigermaßen flüchtig hinzukriegen. Es geht nicht.